Weil da haben wir mehr Zeit dafür. Ja, lass mich halt das Wasser wegmachen. Ja, mach mal. Ich brauche mich noch weiter. Ja, nächstes Mal wäre ich schon cooler. Ja, hier ist noch mal eine Höhle. Das ist die gleiche. Guck mal, ob es hier noch mal Diamanten gibt. Ja, sag, immer wenn er das sagt, findest du welches. Ja, Oskar ist meine Zahnfee. Glücksfee. Zahnfee, Alter. Ja, geht's auch nicht. Ja, ich hab ja Lust, ja. Ich glaube, dass ich Matthias finde. Oh, der ist! Nee, geh nicht hoch. Wie höher du gehst, war unwahrscheinlich. Wann Oskar? Ich krieg mich über Spiele, wo du keine Ahnung hast. Ach so, in die Höhle geht er immer. Wir tauschen uns immer ab. Wenn er da vorne baut, dann guck ich mir die Höhle an. Spannendste, was es gibt in dem Spiel. Ich hoffe gleich kommt Wasser oder so. Einfach so und nicht. Ja, aber. Nichts. Ich nicht. Oh. So langsam, ey. Scheiße. Kannst du auch nichts mehr machen? Ich glaube schon. Noch ein Wasser rein? Nein. Ja, so. Da kam was aus dem Nichts. Ich nicht. Danke. Kann ich beruhigt weitermachen. Ich weiß ja nicht wo ich bin. Von welcher Höhe. 700. Dann gleich. Ich muss eben mal gucken. Alter, ich hab schon viel zu viel Scheiße auf jetzt. Weil gleich wieder so ein kleines Lager war. Wir müssen hier schon mal tauschen. Welches Level bist du Chris? 26. Wo kriegst du die Level hier? Ich bin erst 21. Das ist super, jetzt darf ich die Pflastersteine aufsammeln, die du nicht mehr aufsammeln kannst. Ja, ich bin voll. Ich versuche ja nur eine kleine Höhle zu finden oder so, dass ich noch einen kleinen Stab bauen kann. Ja, Lapis. Das klingt am meisten Level. Ich hab mich noch nie irgendwo über Lapis gefreut. Eska, du bist zu ruhig. Du kriegst dich gar nicht. Nein. 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 Ja, wir müssen ja jetzt mal spielen. Ich bin gleich da. Bis du da bist und dann aber nicht noch den Weg bauen, oder? Nein, ich bin nur da und dann mach ich aus. Und wenn du an die Oberfläche noch kommst, dann mach ich aus. Bei 100, also bei 0 bauen wir uns hoch. Ich baue jetzt 300 Meter und dann baut Tim 300 Meter. Ja. Weißt du? Ich baue mich jetzt. Ja. Mindestens so. Ach, schweig jetzt fällt mir wieder ein, dass ich es in den Wolfen schicken wollte eigentlich. Warte. Fällt dir jetzt ein? Jetzt. Jetzt. Jetzt baut er sich sein da. Ja, jetzt fällt mir grad ein, bin ich zu sehen mit dem Jibbet in der Hand. Eigentlich hättest du dir so ein Ding bauen. Bauen wir mal eine Kiste. Ich hab nur eine. So eine Joint-Halterung für den Controller sozusagen. Boah. Ist ja mega weh sein. Ja, das hab ich jetzt mal im Internet gesehen. Übergeil, Alter. Einfach so einen alten Stecker sozusagen. Von so einem USB, weißt du? Ja. Und dann vorne einfach so eine Klammer ran gelötet. So eine kleine, weißt du? Okay. Ist eigentlich keine Idee, ja. Überfett, dann hast du ihn halt so drin, weißt du? Man kann's einfach so reinzocken, halt so. Ist ja übel, Alter. Überfett, Alter. Hab ich mal jetzt nie gesehen, irgendwo. War ich nie? War geil, dass wir das jetzt mal machen. Deswegen eigentlich übergeil. Geschenk so gewesen auch. Ja, jetzt hast du mir erzählt. Jetzt kannst du mir immer schenken. Ja, du wolltest es ja wissen, Alter. Ja, okay. Aber trotzdem immer noch geil wissen. Der Elfmeterschuss. Und der Ball ist im Tor, 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 Tor. Oh. Äh. 600. Äh. Äh. 600, oder? Ja. Bis 300 muss ich jetzt probauchen. Bis 300, ja. Bis 300. Bis 300. Bis 300 baut er sich jetzt noch vor. Wettlich finde ich nicht einen Diamanten. Jetzt meine 300 Strecke. Ich hab auch kaum welche gefunden. Muss schon in der Nähe von der Höhle sein. Nee, ich wette, dass er welche findet. Okay. Jetzt muss ich jemanden finden. Oh ja, geh mal mit der Schauf. Oh. Ja, ist weg. Dankeschön. 50 Meter hast du. Weitersklave. Ja. Such mir Dias. Was? Haha. Verschick ihn dicht durch alle Höhlen. Das hier ist, äh, Gold, meine ich. Oh, geil. Ja, war aber bestimmt ein Tipp. Ja, das war ich. Ja. 100 Meter. Oh, noch 200 Meter. Easy. Hätt gar nicht selber rausgemacht. So, was ich mir aussuchen darf. Doch. I can't see anything. Nein. Da war der. Ich hab hier noch hinten ein Eis abgebaut. Ja, vorhin ist er ja vorbeilob einfach. Ja, weil es dunkel war. Ich hab nichts gesehen. Oh. 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 Gitterisch. Nein, das ist La-Pilz. Ja. Ja. Der Dias-Schreier. Ich hab ne Schaufel, lass mich. Okay, ist vorbei die Schaufel. Ja. Ja. Beste. Beste Schaufel EU. Ja. Du wirst nicht schaufeln. Ja. Hier kann man Dias finden. Safe. Höhle. Doch. Na, wir bauen uns ja durch die Höhle. Warte kurz, ich guck nur schnell. Ich glaub, bis dahinten sind Diamanten, aber ich könnte mich täuschen. Nein, es kommen. Nein, es sind keine Diamanten. Komm her. Ja. Ja. Warte, ich muss gucken. Ach da. Ja. Guck mal. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Hm. Hm. Doch, ich hab jetzt 20 Dias. Warte, war hier noch was? Nee. Da wollte ich selbst draußen, oh shit. Ich hab auch Dias hiervon, war doch in der Höhle noch was. Okay. Nein. Ist mir egal, ich reagier drauf. Ist mir egal, ich reagier drauf. Nein. Nein. Alter, das wird so heftig geil. Ja. Ja. Das könntest du so ein Rolls-to-Serve dazu. Aber das muss richtig, da muss richtig mit Musik hinterlegt sein und so, gell? Stopp. Stopp, Tim. Danke, Tim. Aha, King hat mich eingeladen. Auf, ey. Auf, ey. Ja, sah. Hello. Was about you? You're nice. You're nice. You're nice. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ah, Harking hat mir geschrieben, bitte komm rein. Weiß ich auf jeden Fall, was ich bei der nächsten Wecker einlöse. Und er dauert ewig diese blöde Zeit abzubauen. Nice. Geil, auch noch mal 6. 6 Tears. Nice. Richtig geil, Alter. Kohle. Ah, du kannst dir auch mal ein paar Fackeln machen. Ich hab kein Holz. Oh, das ist schön. Ja, das ist schön. Let's go. Ja. Wo sind wir? Bei 183. Das hat so ewig gedauert. Aber wir sind da. Warum in einer Stunde 30 4.000 Blöcke abgebaut. Geht doch. 1 Putz aus. Das war ausgegentlich noch, ja. Wir haben von Chris den Twitch die Twitchaufnahme. Den Park muss doch jeden fall nennen. Edgars Wette um sein Roast. Oh, ich hab ja kein Holz mehr hier noch. Okay. Ich hab ja kein Inventarplatz mehr. Ich baue mich jetzt einfach vorwärts. Wie für die das habe ich denn? Okay, ich hab mehr Dias jetzt gefunden, als das letzte Mal schon. Ist schon krass. Hm? Ich zeige ein Stack Dias. Wollte ich hab ein Stack Dias gefunden. Hast du ein Stack Dias? Ach so. Ja, von gestern und heute, ja. Ich hab jetzt 32 schon. Und jetzt hab ich 31. Von denen hab ich dir ja noch jeden. Ja. Ja. 30.000 Euro. Ja. Ja. Spenden sie jetzt 5 Euro für Christ, damit er aufführt, richtig zu werden. Ja. Spendet mir einfach, damit ich aufhörer reich zu werden, ne? Das ist nur die Idee, ja. Oder? Das ist eigentlich genau. Wär ich deinem Manager, Chris, ne? Du würdest verdienen am laufenden Band, Alter. Du wirst mehr verdienen als Neymar. Neymar verdient 1 Euro pro Sekunde. Mann, das ist krank. Ne, 1 Euro und 1 Cent. Okay, das können wir vielleicht so gemacht. Ausgehen. Kannst dir alles kaufen, was du willst. Richtig, kannst dir alles in Minecraft kaufen. Alle Skins, alle Texer Package. Ist aber göttlich. Alle Minecraft Skins, so. Welchen Skin nehme ich heute? Ja. So ein richtig. Privatvilla in Deutschland. Richtig geiles Internet. In Deutschland. Also. In Deutschland. In Deutschland. Nee, Panzer nicht. Panzer ist langweilig. Wenn dann direkt eine ganze Armee. Zack, 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 zack. Und so, Alter, wer mit mir Beef anfängt, Alter. Vorbei. Jeder wird dazu gezwungen, Chris, Edgar und mich auf YouTube zu abonnieren. Wer es nicht macht, wird getötet. Warum mich? Du musst es selbst machen. Jetzt denkt er schon, er kann sich aussuchen, wie der Rose oder was denkst du, wer du bist? So. Und dann hängt er mit diesem Schwachkopf rum und macht den ganzen Dreck mein Kaffee von Kiebskrieg, Mann. Au, 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 au. Wo sind wir? Oh, 30. Baucharte. Autorap, oder? Du sprichst einfach den Text rein und der spuckt den dir dann so aus, und das den Rap klingt. schon wieder ich mache es bei dem mini und dann lächst du hast du dir vergessen meine hier jetzt hoch so du bist ja willst du dich hochbauen da ist die chance dass du was findest der witz wird sie dich nicht die ersten 40 meter hochbauen oder so mit gewesen die die chance hat nicht fertig jetzt die erfülle ist heute schrei wieder groß ich habe alles was wir hier abgebaut sind wir schon bei 0 jetzt müssen wir uns hoch bauen schräg auf höhe 64 müssen wir was war das mit einem internet ja noch 20 20 30 weil das ist geil dass wir so viel noch findet heißt dass wir uns nämlich genau richtig hochbauen liegt jetzt vielleicht so richtig aus dem ersten habe und wir uns nicht im wasser hochbauen das wäre natürlich richtig optimal jetzt noch eisen aber ich kann eh nicht mehr aufnehmen doch eisen kann ich noch nehmen Prozent und ich bin Prozent 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 ich mache auch noch eine Treppe wartet und dann mache ich es so so und so ein bisschen genial schon krass ja krass okay ich mache es so ich mache es meine diamant spielte abgenutzt eigentlich noch mal machen zurück oder ich habe jetzt 36 die falls erst mal zurück zum schloss dafür ich habe ein stack eisen in kapp fast drei steaks 3 steaks eisen fassen steck gold so rum 36 5 steaks diese roten dinger und ich musste ja drei schon unten benutzen damit eine neue wache eigentlich habe ich ja 39 genau perfekt guck mal hier hier habe ich den tollen und toll aber wo sind wir bei minus 200 140 nehmen wir müssen noch ein bisschen müssen vor 64 müssen wir sind wir sind ja ja ich weiß wo wir sind aber warte mal wir sind zu hoch aber ich bin ich bin jetzt auf jeden fall hier bei diesem holz angenommen ja komm mal her komm bitte her der spitzhalt ist eh krasser warum man hier noch ab und die richtung warte 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 nein ich bin doch nicht einfach gerade aus dort ja das wäre irgendwo draußen sind das ist genau was er rauskommt edgarten das täglich auf jeden fall dann ist gut der minecraft part der heute kam ich habe einfach fast gar nichts gesagt da war heute ein lager ja ja gut kommt darauf an oder dafür bin ich selbst jetzt ich habe da das ist nicht das ist der fahrer ich angefangen hat minus 90 die blöcke noch ungefähr guck mal da vorne müsste der holzweg sein perfekt digga der bis dahin musste was du hast ja noch die eisdinger war dicker guck mal genau hier und hier unten ist ja der der wasserpalast daheim nächste woche der unterwasserpalast wahrscheinlich morgen oder so warte morgen ist freitag oder wie donnerstag ist morgen siehst du seite meine schmilzt alles ist mit alles nein kann ich wieder einfach nacht werden die strecke ist vorbei ich bin schon zurückgefahren fahrt schon zum schloss fahrt schon zum schloss ja ich werde gleich schluss machen sind wir genau bei einer punkt bei einer halben stunde ich habe nur eine halbe stunde länger gespielt das wirklich ist wirklich nicht schlecht hängig ja wir sind bei den outlaws da ist doch gleich die schiene ja ich muss auch im schloss kurz hin weil ich meine spritzer geschleppt äh reparieren will und dann möchte ich noch gar nicht wenn du es erlaubst das ist gerade abgebildet mit kontroller obwohl er voll ist ohne witz kann aussehen ich habe bis zum schloss noch schnell beim ambus ein zeug reparieren ja machte ich bin nur ja ich werde direkt von der anonymsgruppe das todesruf So ich fahre weiter hoch Über die ganzen die aus weg Guck mal wieviel der sich jetzt insgesamt haben Das ist aber schon so ein Stack sein So da sind wir im schloss Wieder zu hause da wo wir angefangen haben so liebe ich die parts da anfangs wo man auf die packt jetzt mal meine eisenkiste wieder voll hier So rakt habe ich ja keine von leider die jetzt habe ich jetzt ins deck Hier bei jetzt erst mal alle drüber nicht werkzeug ist Erstmal meine spielwerke Das ist ihr Drei diamanten und meine spielwerke zu der komplette Ich denke einfach Ach so du hast die Kohleblöcke Ach so ja gut Das ist eine Kohlekiste Ich denke die Kohle Hier hin Weil Und ich packe in deinen ofen schnell mein gold Und ein bisschen eisen Oh mein eisen Ach so Alles gold rein was du hast zwei gold hast du nur Ja die anderen Hab ich die doch schon gegeben Ach so Juleyp war aus dir Da kannst du ja mal gucken hier dir was ich möchte nur kurz wir machen ich mache auswärtsleichtige ich habe noch mal kohle hier ist die erste ist auch bald voll fachvoll oder okay juli boraus bis später oder bis heute abend oder so vielleicht noch mal mein kraft nicht wahrscheinlich doch eigentlich noch mal bock eigentlich die bock die ganze eisen zu schmelzen und so weiter wir haben später dicker ich bin erst mal weg lass uns nachher einfach live zum quatschen ich bin ja über youtube jetzt gleich wieder online ja bis später peace out das spielen wir jetzt durch das ganze scheinbar